Hallo liebe Läuferinnen! Das Essex Winter Langarm Shirt bringt nicht nur Farbe in deinen Winter, sondern sorgt auch dafür, dass du warm und am Laufen bleibst. Das wird zum Beispiel durch das weiche und von innen angeraute Material unterstützt. Das liegt sehr angenehm auf deine Haut und ist trotzdem extrem atmungsaktiv. Und wenn du zwischendurch bei deinen Läufen nochmal mehr Belüftung brauchst, dann kannst du das ganz einfach über den Reißverschluss regeln. Die Reißverschlussgarage und der hohe Kragen schützt den empfindlichen Halsbereich und auch die Hände kühlen ja recht schnell aus. Dafür wurden die Ärmel verlängert und Daumenschlaufen eingesetzt. Deine Schlüssel oder Kleingeld kannst du ganz einfach und sicher in der Reißverschlusstasche verstauen oder auch deinen MP3-Player. Dann kannst du auch das Kabel durch die Schlaufe am Nacken ganz einfach und bequem hindurchführen. Du sollst im Winter natürlich nicht nur bequem, sondern auch sicher unterwegs sein und dafür sorgen viele kleine Reflektoren. Damit wir Läufer im Winter nicht träge werden, sondern aktiv bleiben, ist das Essex Winter Langarmshirt eine tolle Hilfe. Du bekommst es natürlich in deiner Runners Point Filiale oder hier online unter www.runnerspoint.com.